Ja, Sascha, danke für die Nominierung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das Grillfest für euch fällt dann leider aus, aber ich hoffe mal, komm mal mit. Ich hoffe mal, Sascha, dass ihr am Samstag nicht nass gemacht werdet beim Spiel. Ja, das ist mein Beitrag dazu. Und hiermit nominiere ich die TV Einigkeit Langenberg, die TUSBAD Driburg und die TSG Hasewinkel. Wenn ihr innerhalb von 72 Stunden nicht auf die Reihe kriegt, was ähnliches zu organisieren, dann seid ihr uns leider ein Grillfest schuldig und einen wunderschönen guten Abend noch. Tschüss.